Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag. Wir reisen auf unserem Boot in ferne Welten. In Weltschößen ist nun noch nicht so ganz klar. Willkommen zurück bei Let's Play Beta Vindictus oder wie ich das nennen werde. Das weiß ich noch nicht, denn ich habe bis jetzt immer noch nicht den ersten Part davon gerendert. Ja, ihr habt schon x Parts gesehen, aber jetzt gerade wo ich das hier jetzt aufnehme noch nicht. Und ja, mal schauen, wie ich das nennen will. Wir sind auf unserem Schiff mit unserem Schokozwerg. Da habt ihr ihn gerade nochmal auf dem Schiff gesehen. Auf dem Schiff werden die jeweiligen Charaktere, die man hat, angezeigt. So ein kurzer Abriss. Also man sieht nur die Person an sich, den Charakter äußerlich, aber nicht die ganzen Statuswerte. Das ist, denke ich, relativ normal für irgendwelche MMORPGs oder MMORPGs allgemein. Hm. Kajo. Wir sind zurück. Wir wollen nicht plaudern, aber wir... Seltsame Reisende. Hallo, hallo. Reden, reden. Warum muss ich immer reden? Was sagst du... Was... Warum sagst du nicht einmal was? Ja, das ist auch wieder eine sehr... Zumindest eine echt interessante Frage, warum die meisten Hauptcharaktere in den Spielen nie irgendetwas sagen. Besonders bei MMOs ist es ja auch so, dass die Leute da einfach, ähm... Naja, überhaupt nicht vokalisiert sind. Einige wenige Spiele haben das. Ich glaube jetzt zum Beispiel auch Guild Wars 2 soll das bekommen. Dann will ich mich aber noch nicht zu weit aus dem Fenster rauslehnen, weil ich das gerade noch nicht weiß. Hm, du genießt Stille, was? Ich frag mich, was du wirklich denkst. Das will jetzt am besten keiner wissen. Er scheint verunsichert. Er kommt plaudern wieder. Nein, Schwanz. Ich weiß nicht, wovon du redest. Wie absurd. Sowas hab ich nicht. Schau doch mal, das finde ich so schön da. Sein Schwanz widelt aufgemacht hin und her, als er spricht. Und plaudern wir weiter. Er ist ein interessanter Gesprächspartner, findet ihr nicht? Ich möchte im Moment nicht meine Kapuze abnehmen. Vielen Dank auch. Armaschimarin, ja, jetzt wiederholt er sich nur noch. Ah, ja. Wunderschön. Postfachöffnern. Alter Mann, hier, Peter Lustig ist da. Heißt die eigentlich Ernmaßen? Ja, ich helf dir bei deiner Post. Ja, danke, Peter Lustig. Wie sieht das ein bisschen komisch aus mit dem anderen Auge hier? Na ja. Na ja. AP 131 haben wir. Äh, ich glaub, das hat auch damit zu tun, dass wir hier jetzt durch Meditation irgendwelche generiert haben. Und dass wir gerade 131 AP gesammelt haben, spricht ja gerade schon dafür. Und dass wir hier jetzt gar nicht etwas verbessern. Hm. Die Meisterschaft. So was macht das? Verringert das Gewicht? Erlaubt höhere Stufen? Äh, na ja. Erstmal noch nicht so wichtig. Das kostet da nicht viel, zu viel. Meisterschaft des Kampfes. Wer wird die Kraft von normalen Angriffen? Ja, das ist doch super. Schnitzeln wir uns durch die Gegnermassen. Meisterschaft des Kampfes D. Schön, jetzt haben wir noch 41. 41. Meditation können wir nicht. Schmetterling, äh, Schmettern auch nicht. Und, äh, den Move, den... Ich weiß es nicht. Das mag ich nicht. Sie selbst Leben abziehen. Wir hatten es ja letztes Mal schon mal gesagt, dass es... Geh auf schwere Rüstung. Wir hören den Dev um Null. Gut, sehr schön. Hören auch um Null. Oder? Wir auch um Null. Gut, sag ich noch. Haltbarkeit um 10 erlaubt ihr. Hm. Hm. Ich würd' erst mal sagen, wir warten noch, bis wir hier jetzt irgendetwas auch kaufen holen. Oder was weiß ich auch. Ja. Wir sind hier wieder immer noch in Coulhan. Je nachdem, wie man es... ...haben will. So. Wir haben doch bestimmt noch einige Quests zu machen. ...neben-Story. Neues Kampftraining. Ja, machen wir einfach mal alles rein. Obwohl, Ausrüstungs-Story. Wieso hab ich eigentlich... Ich hab doch schon so ein anderes Set bekommen. Wieso hab ich noch nicht das Premium-Rekordenset? Oh, was machen wir? Ach komm, holen wir uns erst mal hier die ganzen Skills. In der Hoffnung... ...dass wir dadurch nicht sterben. So. Erstmal zum Reiseladen. Für den Blutwoden-Zorren-Set sprich mit Kirsti. Christi hätt ich irgendwie schon verstanden, aber Kirsti ist irgendwie ein komischer Nachbar. Hallo! Ja, danke. Es hätte gern, das wäre beeindruckend. Äh, ja. Ich wusste nicht, dass die... ...Verkost des Schmieden kam. Dass den Titel Vertreter... ...gut. Sammle alle Materialien und fang dann... ...Frag dann... ...Schuldigung. Frag dann, Fergus, ob er dir beim Herstellen helfen kann. So, und du hast noch irgendetwas? Ja. Wenn du so viel etwas goldenes Gnollleder findest, solltest du es mir bringen. Bitte. Okay. Sammle das Set Blutroten-Zorren. Helm, Blutroten-Zorren, Tuniker, Beinschutzstiefel und Handschuhe. Ich glaube, die Handschuhe, die besitzen wir bereits, ne? Tatsache. Schön. Veteran-Ausrüstung. Sammle das Set. Hm. Okay, ich brauch noch einen Dämmerring. Rüste leichte Kettenhose und Nordpicken. Oder Nordpickenhose. Hab ich eine leichte Kettenhose. Winteranen-Höslein. Premium-Rekunen. Achso, das hab ich so direkt schon von Anfang an, oder wat? Ist ja interessant. Wir könnten auch mal irgendwas verkaufen gehen, nicht wahr? Oder haben wir... Ui. Schattenzahns-Helden. Stimmt. Ach, während die Leute hier abspacken beim Sprengen, nimm mich mal mit. Äh, gehen wir mal doch irgendwie immer zu gewinnen. Weil, bevor wir die ganzen Sachen jetzt endlich, äh, geholt haben... Story. Ausgezeichnete Arbeit, ja. Gut. Immer wieder gerne. Blablabla, blablabla. Der Plot ist mir egal. Tut mir leid. Soll ich nur wieder haben. Schön. Blablabla, blablabla. Er verzieht das Gesicht. Was man eigentlich gar nicht so gut sehen dürfte. Gwyn redet leiser vor sich hin. Nee, da streckt Gwyn redet mit Alice. Oder Alice kommt auch so. Es geht um Rache. Bitte. Gut, plaudern wir nicht weiter mit ihr. Hallo, hast du etwas für mich? Neues Kampftraining. Oh ja. Gib's mir. Neues Kampftraining. Feine Söldner-Trainingsstätte. Schön. So, jetzt haben wir hier auch wieder alles. Jetzt können wir uns wieder... Verschnörkeln. Verbischen. Auf dem Deutsch. Schließe die Gefechts-Quest. Schön. Haupt-Quest. Irgendwie... Naja. Irgendwie ist der Haupt-Quest jetzt nichts... Besonderes. Nichts anderes. Irgendwie. Hier, Rache. Rache, Rache. So, wir können uns wieder... einen Schwur. Schwur, genau rein. Und Schwur aussuchen. So hieß das. Wieder ist es die Saison von Macher. Die alles viel... Schwierig gemacht. Und damit... kriegen wir mehr Punkte. Mindestens 80 Punkte erhalten. Und... Und was können wir hin? Und... Ehrlich damit... Speren besiegen. Dafür brauche ich Speren. Ich hab gerade aber irgendwie keine. Besiege 10 Knolle mit Objekten. Gewinne mit 2 Spielern. Und... Ne, dann mach ich das Ding, glaub ich, eher mehrmals. So. Äh, ja. Allein. Und ab dafür. Auf geht's. Auf geht's. Sprung. Sprung. Ha, 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 ha. Ha, ha. So. Schön, fein und schön und gut. Ich werd das hier jetzt einfach wieder mal am Stück aufnehmen. Sperre. Oh, das ist 10 Sperre kosten. 1.500. Wie viel möchtest du? Wir haben ja nicht zu viel. Also nehmen wir uns nur 80. Nicht wahr? Was geht's da? Was ist los? Gruppenwiedergebungsfeder. So, wann hab ich die denn? Ach so, ich darf jetzt noch nicht ausrüsten. Er ist... Was? Nicht. Jetzt? Ah, jetzt sind's ausgeliefert. Schön. Eben. Wie so Tiere hier einen Laden haben. Man mag das nicht bewusst. Ziehen wir uns nicht ab. Und nicht zu vergessen. Ich habe Ketten für meinen Arm geliefert. Bin ich ein Sklave? Ist besser nicht so, ne? Das wär sonst eigentlich ziemlich scheiße. Weil... Hm. Überlegt man mal, dass so viele Spieler das Spiel hier mittlerweile schon spielen. Sind wir nicht so, ne? Nein, und ich werde mich nicht erst... So, hallo, Mädchen. Hm, und gut. Das ist ja wieder so unabhängig, so seich. Yeah! Ja, ich beschwöre mich die ganze Zeit jetzt quasi nur, weil ich schon wieder habe. Aber ich werde es trotzdem weiter spielen. Bis die Beta zu Ende ist, dann werden wir hier noch keinen Parts mehr sehen. Dann ist das alles geschicht. Ah ja, so viele Gegner. Ja, wir haben das ja. Ich habe ein guter Produkt. Eine exzellente Brombo. Eine beautiful Brombo in der Satch. Eine awesome Brombo. Ja, und dann war es auch schon wieder mit der. Das war einfach gut, um zu sehen, was wir hier finden. Früchte. Bisher wurden wir noch nicht getroffen. Und ich sage, wir, weil ich euch mit einstelle. Ah. Irgendwie wird die Combo auch nicht unterkommen. Na? Ist auch komisch. Oben rechts ist ein Teil. Hm. Ich frage mich, ob die bedeutet, dass wir nur drei bestimmte Beispiele haben. Es ist Zeit, ich frage mich zu den tausenden Nadeln dazu. Ist doch klar. Warum auch immer.